Musik Am Diebichenstein-Gymnasium Thomas Münzer in Halle zur Schule gehen. Davon habe ich eine Vorstellung. Mathe, Deutsch, Biologie, ja so in etwa. Aber da würde ich viel lieber etwas Moderneres, etwas Individuelleres machen. Einfach was mit künstlerischer Freiheit zum Beispiel. Das machen wir doch schon. Echt? Wo? In unseren Kunstkursen über Design und Architektur zum Beispiel. Ja, aber da würde für mich ja auch etwas Praktisches dazugehört. Dann schau mal her. Meinst du mit Praktischem sowas wie Sprayen? Ja, das ist eine nette Spielerei, aber mit richtig schwerem Gerät Kunst machen? Haben wir auch. Ja, okay. Gut, das könnt ihr. Aber mal was ganz anderes. Musik, Gesang, Instrumente. Chor, Band oder Orchester? Oh, das ist cool. Hm, okay. Aber wie sieht es mit Sprachen bei euch aus? Sprachen? Ja, die haben wir ja auch. Bei uns kannst du es Englisch, Spanisch, Französisch, Latein, Altgriechisch oder Russisch wählen. Okay, Brainstorming. Ich möchte was mit Informatik machen. Was ist das? Ach, das? Das ist unser selbstfahrenden Roboter. Ach so, klar. Das könnt ihr auch. Und wie sieht es mit Sport aus? Basketball, Volleyball? Ah, das macht ihr auch? Ja, sogar ziemlich erfolgreich. Ach komm, ich gebe auf. Das Schulleben am Gewingstein-Dymnasium Thomas Münzer ist echt vielfältig. Vielen Dank. Vielen Dank.